Spieltag Nummer 8 der 2. Bundesliga ist geschafft und wir wollen uns heute jedes einzelne Spiel angucken und über jedes Spiel auch reden. Schreib deine Meinung zum Spieltag und zu jedem Spiel gerne mal unten in die Kommentare und abonniere natürlich auch gerne den Kanal, um auch kein Video mehr zu verpassen. Wir beginnen am Freitag um 18.30 Uhr und hier mit der Partie Paderborn gegen Jan Regensburg und das Ding geht am Ende souverän mit 3 zu 0 für Paderborn aus. Man muss sagen, das war wie eine absolute Spitzenmannschaft, nur mal gegen einen Aufsteiger spielt, sicher und dominant. 75% Ballbesitz, 3 zu 0 wie gesagt und nach 14 Minuten trifft Klaas hier zum 1 zu 0 und du weißt eigentlich, okay, das Ding ist gelaufen. Die werden das gewinnen, klar Regensburg hat auch ein, zwei Chancen, aber am Ende des Tages, nee. Und vor allen Dingen mit was für einem Tor auch schon, wenn man zum 1 zu 0 trifft hier, was ein geiles Ding. Und Paderborn allgemein, denen ist richtig spannend zuzuschauen, denn du merkst, die entwickeln sich immer mehr und die sind jetzt auch nach dem Spieltag auf Platz 3. Und das hochverdienen und man muss bedenken, die sind auf Platz 3, trotzdem die einfach 1, 2 zu viele Unentschieden haben. Haben ja 4 Siege, 4 Unentschieden und hätten durchaus auch heim, ich erinnere mich an das Spiel gegen Ulm, noch mal mehr holen können. Und wenn es hier ganz gut läuft, dann stehst du auch momentan auf Platz 1, so ist es Platz 3. Und Jan Regensburg, da muss man halt langsam echt mal fragen, was ist da los? Ich meine, nach vorne geht bis jetzt einfach überhaupt nichts. Nochmal, 8 Spiele, 1 einzigen Treffer, 1 bei 19 kassierten, da muss sich ganz dringend was ändern. Ansonsten könnte das eine absolute Minussaison werden. Und man muss auch hier sagen, klar, du hast ein bisschen was nach vorne gemacht, aber wirklich viel ist da nicht. Und da trifft genau das so ein bisschen zu, was ich vor der Saison befürchtet habe. Für Jan Regensburg wird es verdammt schwer, für Paderborn allerdings wird es weiter nach oben gehen. Und ich würde mich nicht wundern, wenn die sehr lange um den Aufstieg mitspielen. Und wer weiß, man muss ja schauen, wie andere Mannschaften, die ich noch weiter nach oben getippt habe, weiter performen. Vielleicht geht es ja sogar wirklich in die 1. Liga. Wir kommen zur 2. Partie und das ist Karlsruhe gegen Darmstadt. Die Partie geht am Ende 3 zu 3 aus. Ein Ergebnis, mit dem ich vor dem Spiel ehrlicherweise so nicht gerechnet hatte. Aber das war ein richtig cooles Spiel, es hat richtig viel Spaß gemacht. Man muss dazu sagen, der KSC geht relativ früh in Führung, kassiert aber durch Littberg halt auch direkt den Ausgleich. 4 Minuten später geht dann wieder in Führung. Und ich habe mir gedacht, okay, jetzt ist Darmstadt einmal wiedergekommen, jetzt wird das nicht nochmal was. Von wegen. Die machen das 2 zu 2 nach der Halbzeit, machen sogar das 3 zu 2 sogar noch. Und dann habe ich kurz gedacht, so, wow, das könnte Darmstadt hier auch wirklich gewinnen. 3 Minuten später ist es Schleusener in der 77. Minute, der den Ausgleich macht. Aber natürlich muss man auch dazu sagen, finde ich, das ist am Ende ein durchaus verdientes Unentschieden. Beide Mannschaften hätten aber auch irgendwo gewinnen können. Das muss man auch dazu sagen. Also das Unentschieden geht für mich hier in Ordnung. Und ich habe hier ein Spiel gesehen, was mir richtig viel Spaß gemacht hat, was mir gefallen hat. Natürlich muss man aber auch dazu sagen, 3 Tore auf jeder Seite. Da ist in der Defensive einige schiefgelaufen bei beiden Mannschaften. Und das muss man auch so ein bisschen dem KS10 nochmal andichten, dass das somit das große Problem ist. Denn die haben mittlerweile schon zwar 19 Tore geschossen und sind ja auch auf Platz 4. Die haben aber 14 kassiert. Wenn wir uns mal dann andere Mannschaften da oben angucken, zum Beispiel eben Paderborn 9, Magdeburg 9, Düsseldorf 7, der HSV 8, Hannover 6. Das fällt halt einfach auf. Und natürlich bist du mit Platz 4 und auch 16 Punkten voll im Soll. Das hätte jedoch nur einfach besser laufen können, wenn du gegen Köln nicht so viele kassierst. Wenn du gegen Darmstadt nicht so viele kassierst. Auf der anderen Seite Darmstadt auswärts beim KS10 Punkt holen. In der momentanen Situation, no brainer, nimmst du mit. Und das mit einer guten Leistung, auf der er sich aufbauen lässt. Ein geiles Spiel. Hat mir richtig Spaß gemacht. War eine richtig rassig coole Partie. Wie gesagt, beide hätten auch irgendwo durchaus den Sieg verdient gehabt. Wir kommen zum Samstag und beginnen hier mit der Partie Nürnberg gegen Preußen Münster. Und die geht eigentlich optimal für Nürnberg los. Die Partie soll ja am Ende 3 zu 2 dann ausgehen. Sie beginnt mit dem 1 zu 0 für den Klub nach 8 Minuten. Und das war so ein Moment für mich so, okay, das ist genau das, was der Klub momentan braucht. Gegen einen Gegner, der auch dann erstmal weiter unten steht mit Preußen Münster. Die auch schon um den Abstieg einfach mitspielen. Momentan ja Platz 17. Früh in Führung gehen. Sicherheit holen. Denkste. 16. Minute Ausgleich. 43. Minute. 1 zu 2 für Preußen Münster. Und so geht es dann zur Halbzeit. Und da war dann wiederum mein Motto. Und mein Motto, Alter Vater, wenn Nürnberg jetzt gegen Preußen Münster heim verliert, dann darf sich Miroslav Klose aber mal verdammt warm anziehen. Aber die Nürnberger sollen es nochmal drehen. Man soll in der zweiten Halbzeit noch in der, was war es, 52. und 78. Minute zum 2 zu 3 und 3 zu 2 treffen. Das war auch hier wieder nicht die hundertprozentige Überzeugung in der Offensive. Das muss man ganz klar sagen. Aber natürlich wunderschöne Aktionen dabei gehabt. Und man muss ganz klar sagen, du hast in einigen Situationen, ich denke an das Solo zum Beispiel vom Klubberer, durchaus gemerkt, dass da richtig viel Qualität hinter steckt. Und genau das ist am Ende des Tages hier für mich das Merkmal gewesen, warum der Klub sich am Ende gegen Preußen Münster, die wieder fantastisch gekämpft haben, die alles gegeben haben, durchgesetzt hat, die individuelle Qualität. Und dann hast du es irgendwie geschafft. Allerdings, der Klub gewinnt hier, hat mich aber noch nicht vollends überzeugt. Und trotzdem, und das muss man auch ganz klar sagen, Platz 11, 10 Punkte, das geht durchaus schlechter. Auf jeden Fall, das ist ja durchaus solide. Du bist damit in einem soliden Mittelfeld, du kannst damit was aufbauen und man muss vielleicht auch Miroslav Klose einfach mehr Zeit geben. Das sagt sich nur so leicht. Der Klub gewinnt hier 3-2 für Preußen Münster, ist es aber auch einfach super bitter, weil auch hier wieder hast du kein schlechtes Spiel gemacht, wie schon gegen Schalkeheim. Du machst kein schlechtes Spiel, verlierst trotzdem und stehst damit auf Platz 17. Es ist einfach super ärgerlich, weil man belohnt sich am Ende eben nicht in Punkte für die gute Leistung. Als nächstes kommen wir zur Partie der 1. FC Köln gegen den SSV Ulm. Und die Partie geht 2-0 für die Kölner aus. Hübers und Walsch mit Treffen in 8. und 47. Minute. Man muss aber auch dazu sagen, Max Brandt nach 21 Minuten sieht die rote Karte bei Ulm. Und damit hat sich das eigentlich auch erledigt. Denn Hübers, wie gesagt, früh in Führung. Dann ist es eh schon zugunsten der Kölner. Dann ist man noch ein Mann mehr. Und dann brennt hier auch ehrlicherweise überhaupt nichts an. Die Statistik am Ende, 3 Schüsse von Ulm, keiner davon auf den Kasten der Kölner. Die sind überhaupt nicht gefährlich in der Partie. Müssen dann auch noch Rückschläge hinnehmen, indem sich da auch noch der Kapitän dann verletzt und ausgewechselt werden muss. Also für Ulm ein absolut gebrauchter Tag. Da lief nicht wirklich viel zusammen. Man steht auf Platz 14 jetzt ja auch noch vollkommen okay da. Ich meine, alles andere als der Nicht-Abstieg wäre sowieso, als der Nicht-Abstieg ist halt nicht das Ziel. Du musst irgendwie versuchen, dort über der Linie zu bleiben. Und damit funktioniert es ja momentan. Die Kölner robben so langsam, aber sicher immer weiter hoch. Nach den zwei Unentschieden ein ganz wichtiger, aber auch Pflichtsieg, wie ich finde. Man hat hier eine gute Leistung gezeigt. Hübers und Waldschmidt, wie gesagt, die Torschützen. Das war vollkommen okay. Du hättest dich noch ein bisschen mehr belohnen können. Hättest auch noch ein 3-0 machen können. Aber am Ende gewinnst du hier souverän. Und genau das habe ich von Köln in diesem Spiel erwartet. Und genau das hat man mir geliefert. Und damit ist alles in Ordnung. Pflichtaufgabe im Rhein-Energie-Stadion überwunden. Und dann kommen wir zur Partie Elversberg gegen Kaiserslautern. Und das ist genau das, was ich meinte. Elversberg gewinnt mit 1-0 gegen Kaiserslautern, die damit jetzt mittlerweile auch auf Platz 12 stehen. Und Elversberg einfach auf Platz 8. Ich habe die als Absteiger bzw. in die Relegation getippt. Mein Gott. 8. Elversberg gewinnt hier, wie gesagt, nach einem Arbeitssieg, einem absolut Kampfspiel mit 1-0, 66. Minute. Und man muss sagen, Kaiserslautern kriegt es einfach nicht hin, in der Offensive so richtig gefährlich zu werden. Und das ist genau das Problem. Und das ist mir vorher gar nicht so aufgefallen. Das ist mir jetzt tatsächlich durch noch ein paar Videos auf YouTube aufgefallen. Es ist aus dem Spiel heraus leider zu wenig in der Offensive. Vieles gerät über Standards, Freistöße, Ecke oder Ecken oder sowas. Das ist offensiv einfach noch nicht kreativ genug und einfach noch nicht effektiv genug. Und damit hast du zwar hier Chancen, auf jeden Fall. Aber da ist super wenig so wirklich gefährlich. Und auf der anderen Seite, Elversberg mit 46% Ballbesitz braucht auch einfach im Zweifelsfall nicht viel. Die brauchen eine gute Chance, machen das 1-0 und vorbei ist das Ding. Und Elversberg hat hier wieder gezeigt, warum die wirklich so unfassbar schwer zu bespielen sind. Die sind so brutal nervig für die Gegner. Und genau das hat Kaiselautern hier zu spüren bekommen. Und die müssen verdammt aufpassen, dass man nicht weiter runterrutscht. Denn 9 Punkte, das ist ja jetzt auch nicht so wirklich viel. Als Vergleich zum Beispiel Darmstadt auf Platz 16 hat nur 6 Punkte. Dementsprechend hier der 1-0 Sieg für Elversberg. Typisch. Und damit muss Kaiselautern definitiv aufpassen. Wir kommen zum Samstagabend. Ich wollte erst sagen 18.30 Uhr, weil der Titel zumindest vom Spiel würde das vermuten lassen. Es ist aber 20.30 Uhr. Schalke 04 gegen die Hertha aus Berlin. 2 zu 2 am Ende. Und wie ich finde, haben wir da ein richtig geiles Spiel gesehen. Ich als Schalke-Fan habe natürlich auf meinem Schalke-Account, unten in der Beschreibung oder oben in der Ecke, schon ein ausführliches Video zum Spiel und zu allen Schalker Spielern gemacht. Wie gesagt, 2 zu 2. Ein absolut spaßiges, interessantes Spiel. Früh geht die Hertha in Führung durch Cousins. Hätten da wahrscheinlich, ich bin mir nicht ganz sicher, ich habe die Szene jetzt noch nicht 3-4 Mal gesehen, aber einen Elfmeter bekommen. Er setzt sich aber durch, macht weiter. Riesen Respekt vor. Justin Hegerin muss den Ball aber natürlich halten. Und dann gerät Schalke aber nicht irgendwie in Panik, sondern macht weiter. Denn man hat eigentlich zu Beginn eine gute Partie gemacht und gerät dann sogar, oder kommt zum Ausgleich durch ein absolutes Traumtor von Kena Karamann. Und dann ist es Tobi Mohr, wo man natürlich auch nochmal drüber reden muss, was war da im Vorfeld. Dann allerdings gerät die Hertha wieder in eine bessere Position. Die Hertha dann wieder in der zweiten Halbzeit, insbesondere eben am Drücker und bekommt dann in der 72. Minute einen durchaus umstrittenen Elfmeter von Previak, der den reinmacht. Danach kann man allerdings auch jetzt nicht nochmal gut nach vorne kommen. Dann ist eher Schalke am Drücker, die aber auch kein Tor mehr machen sollen. Am Ende für mich ein verdientes Unentschieden, ein verdienter Remis. Ein geiles Spiel, hat richtig viel Spaß gemacht. Wie gesagt, der Elfmeter durchaus umstritten. Ich habe mich dazu schon in dem Schalke-Video eben geäußert und kann es auch hier nochmal kurz sagen. Es ist primär für mich persönlich jetzt kein Elfmeter. Das ist ganz klar. Das ist einfach zu wenig. Allerdings, man muss auch dazu sagen, nach der Regelauslegung solltest du es eigentlich dann aber auch nicht zurücknehmen, denn es ist halt schon Kontakt da. Ist das jetzt eine hundertprozentige Fehlentscheidung? Wahrscheinlich nicht. Aber, das muss man dazu sagen, wir pfeifen halt häufig trotzdem oder kontrollieren trotzdem Dinge, die einfach manchmal im Graubereich liegen. und dementsprechend müsstest du das eigentlich auch kontrollieren. Wenn du 100% nach der Regel gehst, ist es okay, dass es nicht kontrolliert wird. So wie es momentan gemacht wird, müsstest du es halt kontrollieren. Aber der Elfmeter wird gegeben, 2 zu 2, aber am Ende auch ein verdientes Ergebnis. Wir kommen zum Sonntag und beginnen hier mit der Partie Magdeburg gegen Fürth und what the fuck. Also mal ganz ehrlich jetzt, dass einem sowas passiert. Okay, und jetzt muss ich erklären, es ging darum, dass der Keeper von Fürth den Ball in der Hand hat und den Ball halt nimmt und spielt und erstmal hier 6 Sekunden Torwartregel ist auch eher so ein Naja-Ding, ne? Und soweit alles in Ordnung. Passt alles, ist alles okay. Und dann plötzlich wirft er den Ball zum Mitspieler einfach rüber, weil er den Ball halt nehmen soll. Und er nimmt den Ball in die Hand. Weil er denkt, er soll den Abschluss machen. Ja. Und weil das einmal nicht genug ist, passiert das noch ein zweites Mal auf der anderen Seite. Wie zum Teufel. Das kannst du mir nicht erzählen, dass das nicht nur einmal passiert, sondern zweimal. Ganz im Ernst. Das ist ja einmal schon absolut illusorisch. Dann passiert es dir zweimal in einem Spiel. Wem willst du das denn erzählen? Das kannst du doch keinem... Gott sei Dank hat mein Video Beweise. Weil ansonsten, wem du das erzählen würdest, der würde dir auch sagen, einmal, schon krank bitter, ne? Und schon, what the fuck. Zweimal, wow. Am Ende geht die Partie 2 zu 2 aus. Und es ist ein geiles Spiel am Ende, muss man sagen. Magdeburg geht eben früh in Führung in der 15 und 18 Minute. Elhan Khoury und Kars machen hier die zwei Tore. Und du denkst dir, Fürth in dieser Saison ist nicht so geil drauf. Dann passt das. Magdeburg momentan gut. Ja, dann gibt es eben nochmal Elfmeter für Fürth, kurz vor der Halbzeit durch Green. Und dann macht Foodkoy auch nochmal einen Treffer. Und dann geht das hier 2-2 aus. Und du denkst dir, hm, für beide irgendwo ärgerlich. Magdeburg natürlich weiterhin auf Platz 2. Und die können damit gut leben. Aber der hätte halt mehr nochmal sein können. Das war einfach ein richtiges What the Fuck Spiel. Aber ich habe es gefeiert bis zur letzten Sekunde. Als nächstes kommen wir dann zur Partie Braunschweig gegen Hannover 96. Und was soll ich euch sagen? Ach, es ist einfach so ärgerlich. Braunschweig gewinnt am Ende 2-0. Und das ist ein geiles Spiel, so wie sie es machen. Denn die sind unfassbar intensiv in der Partie. Das ist mega geil. Aber die Stimmung natürlich auch durch die Boykotte der aktiven Fernsehenden. Und all das, was da noch dazu liegt. Und da kannst du ein ganz eigenes Video drüber machen. Die Stimmung ist halt einfach gedämpfter. Und das ist so schade, weil das fehlt. Das fehlt in so einem unfassbar wichtig und unfassbar geilen Derby einfach. Und Braunschweig, wie gesagt, gewinnt hier 2-0. Und die haben es total verdient, weil die sind so viel intensiver und besser in der Partie. Auch wenn die am Ende nur 34% Ballbesitz haben, machen die das unfassbar gut. Wirklich. Die machen es unfassbar clever. Die machen es unfassbar stark. Und damit rutscht man auch auf Platz 15. Und das so verdient. Und ich habe denen das total gegönnt. Ich habe es total gefeiert. Weil du hast hier von der ersten Sekunde angezeigt, du möchtest dieses Derby um jeden Preis gewinnen. In der 20. Minute gerät man ja auch schon durch Fabio Kaufmann in Führung. Du machst dir sogar noch ein Tor durch Polter bzw. wer es jetzt am Ende auch war, was dann ja nicht mal zählt. Geiles Spiel, aber auf den Rängen eben nicht diese geile Stimmung, wie sie das Spiel verdient gehabt hätte. Was das ganze Erlebnis für mich so ein bisschen halt runterzieht. Und das ärgert mich sehr. Weil es ist so, ja, es ist so unnötig. Also klar, der Boykott, nicht falsch verstehen, absolut okay. Geht nicht darum. Mir geht es eher darum, dass es halt, ja, auch von verschiedenen Regulierungen, Regierungen, ähm, ja, vielleicht einfach auch ein bisschen, naja, der Fußballfan wieder als, als der größte Verbrecher. Nicht, dass das alles Heilige sind, auf gar keinen Fall. Aber wie gesagt, da kannst du ein eigenes Video drüber machen. Geiles Spiel an sich. Hätte aber nochmal geiler sein können. Zu guter Letzt kommen wir noch zur Partie Fortuna Düsseldorf gegen den HSV. Und hoi, hoi, hoi. Der HSV gewinnt auswärts bei der Fortuna mit 0 zu 3. Und das auch durchaus sehenswert. Dompe macht das 1 zu 0. Und danach ist es Robert Glatzel, 83. und 19. Minute, die noch zwei Treffer machen. Man muss dazu sagen, Hack in der 81. Minute bei Fortuna kriegt noch die rote Karte. Volles Stadion. Fortuna für alle. Das bedeutet, alle waren ja umsonst da. Leider nicht alle vom HSV. Das bedeutet, viele der aktiven Fanszene waren nicht vor Ort aus verschiedensten Gründen. Sowohl auf der Autobahn als auch auf der Schiene gab es da durchaus Probleme. Und am Ende muss man sagen, der HSV macht das hier abgezockt, abgeklärt und vor allen Dingen verdammt effektiv. Denn Fortuna spielt hier gar nicht mal schlecht. Die machen hier kein super schlechtes Spiel. Die haben auch Chancen. Die haben 22 Schüsse insgesamt. Aber haben keinen einzigen Treffer. Während der HSV 18 Schüsse hat und 3 Treffer hat. Und das ist für mich guter Fußball. Effizient, effektiv gespielt. Und am Ende gewonnen. Obwohl, wie gesagt, die Düsseldorfer hier nicht schlecht gespielt haben. Aber allgemein, das muss man auch mal ganz klar sagen, die Düsseldorfer Offensive so ein bisschen noch das Problem. Wenn wir uns einfach mal die Tabelle anschauen. Fortuna ist ja noch auf Platz 1. Haben zum Beispiel Magdeburg 17 Treffer, Paderborn 16, der KSC 19, der HSV 19, Düsseldorf 11. Und das fällt natürlich dann schon auf. Insbesondere, wenn du dann in Rückstand gerätst. Zum Beispiel Hannover ist ja ein gutes Beispiel. Darunter 9 Tore geschossen, 6 kassiert. Dementsprechend bei Düsseldorf in der Offensive muss noch ein bisschen was passieren. So verlierst du hier mit 3 zu 0 auch verdient am Ende. Deine Meinung zu allen Spielen gerne mal unten in die Kommentare. Schreib gerne mal rein, wo du vielleicht eine andere Meinung hast als ich. Und dann sehen wir uns natürlich im nächsten Video.